Während Alice und Pop noch ihre Pizza Salami aufessen, sehen wir uns das Thema Funktionen noch etwas genauer an. Funktionen können in unterschiedliche Klassen eingeteilt werden. Es gibt unzählige Klassen von Funktionen. Teilweise überschneiden sich diese Klassen oder sind sogar ineinander enthalten. Natürlich können wir nicht alle diese Klassen untersuchen. Stattdessen werden wir uns auf die vier wichtigsten Klassen konzentrieren. Polynome, rationale Funktionen, trigonometrische Funktionen und Exponentialfunktionen. Beginnen wir aber mit den Polynomen oder Polynomfunktionen. Ein Beispiel für ein Polynom ist b von x. In diesem Polynom erkennen wir zuerst mehrere Monome. Ein Monom ist ein Ausdruck der Form x hoch k, wobei k eine natürliche Zahl oder 0 ist. x hoch 5 ist zum Beispiel ein Monom, das in diesem Polynom vorkommt und auch x der dritten und x². Auch das Monom x hoch 0 kommt vor, denn x hoch 0 ergibt 1 für jedes beliebige x. Und es gilt zum Beispiel minus 11 ist gleich minus 11 mal 1 bzw. minus 11 ist gleich minus 11 mal x hoch 0. Wir können auch noch die Monome x hoch 4 und x hoch 1 künstlich hinzufügen, indem wir 0 mal x hoch 4 und 0 mal x hoch 1 addieren. Theoretisch könnten wir noch weitere Monome künstlich hinzufügen. Wie wir gleich sehen werden, wäre das für unsere Zwecke aber nicht sehr hilfreich und deshalb verzichten wir in diesem Fall darauf. Vor jedem Monom steht eine Zahl, der sogenannte Koeffizient. Der Koeffizient vor dem Monom x hoch k wird mit ak bezeichnet. In unserem Beispiel gilt dann a5 ist gleich 7, a4 ist gleich 0. Das größte k für das ak ungleich 0 gilt, heißt der Grad des Polynoms. p ist in diesem Fall also ein Polynom vom Grad 5. Konstante Polynome, also beispielsweise p von x ist gleich 3 für alle x und haben folglich den Grad 0. Es gilt eine Ausnahme, nämlich das Null-Polynom p ist gleich 0 für alle x. Hier gibt es kein ak, das ungleich 0 ist. Der Grad des Null-Polynoms wird als minusunendlich definiert. Allgemein hat ein Polynom vom Grad n die Form p von r nach r mit p von x gleich 0, falls n gleich minusunendlich. Oder falls n größer gleich 0 gilt, dann gilt für p von x gleich an mal x hoch n plus und so weiter bis wir plus a0 mal x hoch 0 erreichen, mit an ungleich 0. Polynome treten in vielen verschiedenen Problemen auf, beispielsweise bei der Preisbestimmung von Blechpitzen. Eine weitere Klasse von Funktionen sind die rationalen Funktionen. Eine rationale Funktion hat die Form r von x ist gleich p von x durch q von x. Wobei p- und q-Polynome sind, also etwa wie bei s von x oder r von x. Ein Problem, das hierbei auftritt ist, dass sich auf diese Art keine Funktion von r nach r definieren lässt. Wenn wir beispielsweise die Funktion r an der Stelle x ist gleich 3 auswerten wollen, so ersetzen wir jedes x mit der Zahl 3. 8 geteilt durch 0 ist kein sinnvoller Ausdruck und erst recht keine reelle Zahl. Die Frage, die sich jetzt sofort ergibt, ist die nach dem maximalen Definitionsbereich von r. Das heißt wir suchen alle reellen Zahlen x, für die der Ausdruck r von x sinnvoll definiert werden kann. Mit anderen Worten, wir müssen all diejenigen x ausschließen, für die der Ausdruck r von x nicht sinnvoll definiert ist. Und welche sind das nun? Naja, der Ausdruck r von x ist genau dann nicht sinnvoll definiert, wenn wir durch 0 teilen. Wir müssen also alle Nullstellen des Nennerpolynoms, das ist in diesem Fall x² plus 2x minus 15, ausschließen. Die Nullstellen können wir hier mit der kleinen Lösungsformel berechnen, die wir im Video 2 bereits besprochen haben. Wir erhalten also als Nullstellen x1 und x2, 3 und minus 5. Der maximale Definitionsbereich ist also mit den reellen Zahlen ohne 3 und minus 5 definiert. Eine weitere wichtige Klasse von Funktionen sind die trigonometrischen Funktionen. Auch von diesen wollen wir uns einige ansehen. Doch dazu müssen wir zunächst noch einmal einen Blick in die Pizzeria Alberto werfen. Pizzabäcker Alberto ist noch immer ganz begeistert von seinem neuen Pizzaofen. Deshalb hat er letzten Freitag ein großes Fest veranstaltet, auf dem er zeigen wollte, was sein neuer Ofen so alles kann. Unter anderem hat er eine Riesenpizza mit 2 m Durchmesser bzw. 1 m Radius gebacken. Leider erfreute sich diese Pizza keiner besonderen Beliebtheit und als das Fest zu Ende ging, war sie noch nicht einmal angerührt. Nachts als alle schliefen, machten sich dann Ameisen über die Reste her. Doch auch sie ignorierten die Riesenpizza, liefen einmal mittig durch sie hindurch und vergnügten sich mit den Resten einer Portion Erdbeereis, die während der Feier am Boden landete. Nur eine Ameise namens Konrad war unternehmenslustiger. Als er gerade dabei war, die Pizza zum vierten Mal zu durchqueren, um zum Eisbecher zu gelangen, beschloss er einen kleinen Ausflug zu machen. Und zwar wollte er nach dem Durchqueren der Pizza links abbiegen und dem Rand der Pizza folgen. Da sich von der Gruppe zu entfernen nicht ganz ungefährlich ist, wollte Konrad stets wissen, wie weit weg er sich gerade von der Gruppe befindet. Da Konrad fit in Mathematik war, erkannte er schnell, dass er sich hierfür eine geeignete Funktion definieren musste. Die Pizza hat einen Radius von r ist gleich einen Meter. Der Umfang beträgt also 2 mal Pi mal r, das sind 2 Pi Meter. Die Ameise muss also für eine komplette Umrandung der Pizza 6 Meter, 28 Zentimeter und circa 3,2 Millimeter zurücklegen. Wie weit ist er nach einer zurückgelegten Strecke von der Ameisenstraße entfernt? Schauen wir uns dazu ein paar Spezialfälle an. Nach 0 Metern zurückgelegter Strecke hat er sich noch nicht von der Ameisenstraße entfernt. Die Entfernung beträgt also 0 Metern. Das gleiche gilt für eine zurückgelegte Strecke von Pi Metern. Da befindet sich Konrad hier. Also muss die Funktion auch bei Pi den Wert 0 annehmen. Gleiches gilt für den Wert 2P, denn da befindet er sich wieder am Ausgangspunkt dieser Reise. Die Funktion hat also auch bei 2P den Wert 0. Wie sieht es nach Pi halbe Meter aus? Zu diesem Zeitpunkt hat die Ameise ein Viertel einer ganzen Umrundung absolviert. Befindet sich also hier. Die Entfernung zur Ameisenstraße beträgt zu diesem Zeitpunkt genau 1 Meter. Gleiches gilt nach 3 halben Pi Metern. Da befindet sich die Ameise hier und die Entfernung beträgt ebenfalls 1 Meter. Allerdings muss Konrad diesmal in die entgegengesetzte Richtung gehen. Deswegen bekommt dieser Wert noch ein negatives Vorzeichen. Der Funktionswert bei 3 halben Pi beträgt also minus 1. Was ist bei Pi Viertel Metern? Da befindet sich Konrad hier. Die Entfernung zur Ameisenstraße, nennen wir sie A, ist genauso wie zur roten Linie. Auf diese Weise erhalten wir ein Quadrat mit Seitenlänge A, dessen Diagonale D genau dem Radius des Kreises entspricht. Das heißt 1 Meter. Und wie verhält sich die Diagonale eines Quadrats zur Seitenlänge? Nun, bei genauem Hinsehen erkennen wir hier ein rechtwinkeliges Dreieck. Und nach dem Satz von Pythagoras sind die Quadrate der Katheten zusammen genauso groß wie das Quadrat der Hypotenuse. Also haben wir A², denn die erste Kathete ist A lang, plus A², denn auch die zweite Kathete ist A lang, gleich D². Wobei D die Hypotenuse beschreibt. Nun haben wir uns aber schon überlegt, dass D gleich 1 ist. Also ist auch D² 1. Auf diese Weise bekommt Konrad eine Funktion, die ihm an jeder Stelle des Pizzarandes sagt, wie weit er von der Ameisenstraße entfernt ist. Diese Funktion nennen wir den Sinus, kurz sin. Natürlich können wir diese Funktion auch für Werte größer als 2π erklären, wenn Konrad zum Beispiel die Pizza mehrfach umrundet. Oder für negative Werte, wenn Konrad rückwärts krabbeln würde. Offensichtlich hat Konrad nach jeder Umrundung wieder den gleichen Abstand zur Ameisenstraße wie zuvor. Es gilt also stets sinx ist gleich sinx plus 2π. Die Sinusfunktion ist somit periodisch mit einer Periodenlänge von 2π. Eine weitere wichtige trigonometrische Funktion ist der Kosinus. Er beschreibt die Entfernung Konrads zur roten Linie. Kippen wir dieses Bild nun um 90 Grad nach links, so erhalten wir ein Bild, das genauso aussieht wie das bei der Herleitung der Ameisenstraßen Abstandsfunktion bzw. wie beim Sinus. Der einzige Unterschied ist, dass Konrad jetzt ganz oben, also bei π halbem Metern zu starten scheint. Der Kosinus ist also nichts anderes als ein um π halbe verschobener Sinus. Für jedes x gilt die Gleichung, cosx ist gleich sinx plus π halbe. Es gibt noch viele weitere trigonometrische Funktionen, aber wir wollen es bei diesen beiden erstmal belassen. Wir wollen uns aber zum Ende noch die Frage stellen, warum diese Funktionen trigonometrische Funktionen heißen. Natürlich hat das etwas mit Dreiecken zu tun. Trigonom bedeutet Dreieck, Metron gleich Maß. Schauen wir uns dazu noch einmal die Definition von Sinus und Kosinus mit Hilfe der Pizza an. Wenn Konrad x Meter weit gelaufen ist, dann ist die schwarze Strecke sinx Meter lang und die rote cosx Meter lang. Das hier beendstehende Rechteck haben wir für den Spezialfall von x ist gleich π viertel vorhin schon betrachtet. Damals galt dann sinx ist gleich cosx, was im Allgemeinen natürlich falsch ist. Wir können aber auch hier wieder die Diagonale einzeichnen und erhalten so ein rechtwinkeliges Dreieck mit den Seitenlängen a, b und c. Dank des Satzes von Pythagoras erhalten wir also a² plus b² gleich c². c ist offensichtlich der Radius des Kreises, also 1. Damit ist auch c² gleich 1. b kennen wir auch schon, das ist sinx. Und die Seite a ist offensichtlich genauso lang wie die Linie hier oben, also cosx. Oft schreibt man für cosx² und sinx² auch cosx bzw. sinx und dreht die beiden Summanden um. Dann lautet die Formel sinx plus cosx ist gleich 1. Diese Formel gilt für alle reellen Werte von x und wird trigonometrischer Pythagoras genannt. Zu guter Letzt wollen wir uns noch mit den Exponentialfunktionen befassen. Auch hierzu werfen wir zunächst einen Blick in Albertos Pizzeria. Es ist 8 Uhr am Samstagmorgen. Alberto hat mich gebieten, die Reste von der gestrigen Party zu beseitigen. Auf dem Tisch ist noch immer die Riesenpizza. Die Ameisen haben sich mittlerweile in ihren Bau zurückgezogen. Hm, die sieht ja noch ganz lecker aus. Wenn ich mit dem Aufräumen fertig bin, dann könnte ich mir zu Mittag ein Stück genehmigen. Aber ob die wirklich noch gut ist? Ich sollte sie wohl vorher auf bakteriellen Befall untersuchen, bevor ich was davon mitnehme. Mit dem Taschenmikroskop aus der Hosentasche untersucht Ralf die Pizza auf Bakterien. Insgesamt findet er 100 Bakterien auf der Pizza. Das ist nicht viel, aber ich werde um 9 Uhr noch einmal nachsehen. Um 9 Uhr nimmt er erneut sein Taschenmikroskop und zählt noch einmal. Diesmal kommt er auf 272 Bakterien. Und um 10 Uhr sind es dann sogar schon 739. Hm, das sieht verdächtig nach einer Exponentialfunktion aus. Wie viele Bakterien werden es wohl um 12 Uhr sein? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns etwas genauer mit der Exponentialfunktion beschäftigen. Die Exponentialfunktion, genau gesagt die natürliche Exponentialfunktion, beruht auf der sogenannten Euler'schen Zahl. Die Exponentialfunktion exp kann dann wie folgt definiert werden. Es gibt noch andere alternative Definitionsmöglichkeiten, die wir aber nicht behandeln wollen. Im einfachsten Fall ist x eine natürliche Zahl, beispielsweise 2. In diesem Fall wäre die Exponentialfunktion von 2 gleich e hoch 2 gleich e mal e, was wiederum ungefähr 7,389 ergibt. Außerdem gilt die Exponentialfunktion von 0 gleich e hoch 0 gleich 1. Die Exponentialfunktion hat einige interessante Eigenschaften. Beispielsweise exp3 mal exp2 ergibt e hoch 3 mal e Quadrat, was wiederum e mal e mal e mal e mal e gleich e hoch 5 ergibt. e hoch 5 kann man dann aber auch natürlich wieder auf die exp-Funktion zurückschreiben. Das heißt e hoch 5 ergibt wieder exp von 5 oder exp von 3 plus 2. Es gibt aber auch noch die Eigenschaft von exp3 zum Quadrat. Das ergebe e hoch 3 zum Quadrat, was wiederum e hoch 6 ergibt, da die Hochzahlen multipliziert werden. Dies kann man dann wieder zurückschreiben auf exp von 6 oder exp von 3 mal 2. Diese Eigenschaften gelten aber auch für allgemeine x und y Elemente der reellen Zahlen. exp von x mal exp von y ist gleich exp von x plus y. und exp von x hoch y ergibt exp von x mal y. Zu beachten ist außerdem exp von 0 ist gleich 1 und exp von minus x ist gleich 1 durch exp von x. Wenn wir nochmal an die Bakterien denken, so liegt der Verdacht nahe, dass sich die Anzahl der Bakterien durch die Funktion 100 mal exp von x beschreiben lässt. Hierbei sollte x die Anzahl der seit 8 Uhr vergangenen Stunden sein. Wir erhalten dann also für 8 Uhr zum Beispiel f von 0 ist gleich 100 mal e hoch 0, da noch keine Stunde vergangen ist. Das heißt wir haben 100 Bakterien. Nach einer Stunde, also um 9 Uhr, erhalten wir f von 1 ist gleich 100 mal e hoch 1. Das heißt wir erhalten 272 Bakterien. Dieses Wachstum setzt sich dann in den folgenden Stunden fort. zum Beispiel f von 3 ist 100 mal e hoch 3, f von 4 ist 100 mal e hoch 4 und so weiter. Die Bakterienpopulation ist also innerhalb von einer Stunde um den Faktor 2,7 gewachsen. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn als Grundfunktion gilt f von x plus 1 ist gleich e mal f von x für alle x Elemente der reellen Zahlen. Ok, nachdem wir jetzt so viel gerechnet haben, esse ich aber mal inzwischen ein Stück von der alten Pizza. Mit Hilfe der Exponentialfunktionen lassen sich übrigens auch andere Bakterienpopulationen mit anderen Wachstumsraten beschreiben. Beispielsweise beschreibt die Funktion g von r nach r, wobei x auf 200 mal exp von 2x abbildet, eine Bakterienpopulation, die jede halbe Stunde um den Faktor e wächst und zu Beginn 200 Individuen umfasst. Neben Wachstumsprozessen lassen sich mit Hilfe der Exponentialfunktionen aber auch Schrumpfungsprozesse bzw. Abklingvorgänge beschreiben. Wir könnten mit folgender Funktion aber auch die Temperatur einer Pizza beschreiben, die mit 200 Grad Celsius den Ofen verlässt und anschließend in einem wärmeisolierten Pizzakarton von Tommaso zum Weißen vom Berg gebracht wird, während die Außentemperatur 0 Grad Celsius beträgt. Allgemein lässt sich ein exponentieller Wachstumsprozess durch folgende Funktion beschreiben. f von x ist gleich c mal exp von plus minus a mal x. In diesem Fall ist c der Anfangswert oder der Anfangszustand. plus minus definiert das Wachstum plus oder das Schrumpfen minus und a definiert die Geschwindigkeit. Diese Funktion lässt sich zum Beispiel für die Vermehrung einer Bakterienkultur, Temperaturverläufe, Zinsrechnungen oder zum Beispiel für den radioaktiven Zerfall verwenden. Betrachten wir die Exponentialfunktion und ihren Graphen noch ein wenig genauer. Wie das Bild vermuten lässt und man auch mathematisch sauber zeigen kann, ist die Exponentialfunktion injektiv. Das heißt sind x und y verschieden, so sind es auch expx und expy. Jedes x hat also seinen individuellen Funktionswert. Sie ist aber nicht subjektiv, denn es gilt f von x größer 0 für alle x aus r. Die Exponentialfunktion trifft also nur die positiven Zahlen. Wenn wir den Bildbereich jedoch auf r plus einschränken, das heißt wenn wir die dargestellte Funktion betrachten, dann ist diese Funktion subjektiv. Injektiv und subjektiv ist bijektiv, das heißt wir können die Umkehrfunktion bilden. Diese Umkehrfunktion heißt natürlicher Logarithmus. Außerdem lassen sich aus den Rechenregeln für die Exponentialfunktionen Rechenregeln für den Logarithmus herleiten. Für x und y aus r plus gilt exp von lnx ist gleich x für alle x aus r plus und ln von exp von x ist gleich x für alle x aus r. Für x und y aus r plus gilt, da die Exponentialfunktion injektiv ist, folgt hieraus lnx plus lny ist gleich ln von x mal y. Denn andernfalls hätten wir lnx plus y ungleich lnx mal y. Das heißt exp von lnx plus lny ungleich exp von lnx mal y. Wir haben aber gerade gezeigt, dass letztere gleich sind. Ganz ähnlich zeigt man ln von x hoch a ist gleich a mal lnx oder zum Beispiel ln von 1 durch x ist gleich minus lnx und ln1 ergibt wieder 0. Als nächstes betrachten wir ein Beispiel, in dem wir den Logarithmus benutzen werden. Gegeben sei eine Bakterienpopulation von 200 Individuen, die sich nach jeweils einer Stunde verdoppeln. Dann beschreibt die Funktion f von x gleich 200 mal 2 hoch x das Bakteriumwachstum. Kann man diese Funktion mit Hilfe der Exponentialfunktion beschreiben? Ja, kann man. Denn es gilt f von x ist gleich 200 mal 2 hoch x gleich 200 mal exp von ln2 hoch x ist gleich 200 mal exp von ln2 mal x. Zu guter Letzt wollen wir uns noch mit dem Wachstum der Exponentialfunktion beschäftigen. Das Bild suggeriert bereits, dass sie zu Beginn sehr langsam wächst, dann aber immer schneller. Ist das wirklich so? Hierzu betrachten wir folgendes Beispiel. Ötzi, der ca. vor 5000 Jahren lebte, möchte für seine finanzielle Zukunft vorsorgen. Sein Finanzberater schlägt ihm dafür zwei verschiedene Optionen vor. 1. Ötzi wird Profifußballspieler. Aufgrund seines guten Gesundheitszustandes ist davon auszugehen, dass er die nächsten 5000 Jahre auf Topniveau spielen kann und pro Jahr 100 Millionen Euro verdient, die er unter seinem Bett versteckt. 2. Ötzi bringt seine bisherigen Ersparnisse, einen Cent, zur Bank, wo er sie auf ein Sparbuch mit 1% Zinsen anlegt. Anschließend lässt er sich für 5000 Jahre einfrieren und hebt dann sein Geld inklusive Zinsen und Zinseszinsen ab. Welche Strategie ist die bessere? Erstens, hier lässt sich die Gesamtsumme leicht berechnen. 5000 Jahre mal 100 Millionen Euro ist gleich 500.000 Millionen Euro, ist gleich 500 Milliarden Euro, ist gleich 0,5 Billionen Euro. Zweitens, ein Zinssatz von 1% bedeutet, dass sich das Geld auf dem Konto jedes Jahr um den Faktor 1,01 vermehrt. Die Funktion beschreibt, wie viel Geld nach x Jahren auf dem Konto liegt. Das heißt, f von x ist gleich 0,01 mal 1,01 hoch x ist gleich 0,01 mal e hoch ln 1,01 hoch x ist gleich 0,01 mal exp von ln 1,01 mal x. Das Fazit daraus, ja, es wirkt wirklich sehr schnell. Hey Ralf, iss nicht so viel Arte, bitte. Waren mal doch schon zu viele Bakterien drauf. Deine Beispiele werden immer, wie soll ich sagen, eigenartiger. Vielleicht hast du recht, wenn ich nun schon Ameisen reden höre, ui, ist mir schlecht.